gut gruppe 1 joinen ja jetzt 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 gruppe 1 was soll das noch werden nein nein ja ein name noch mit rein rutschen und dann gruppe 2 joinen und wenn ihr noch platz habt bitte die nächsten aufrufen dass sie hinterher kommen ja schon sollen sollen denn sollen so ja ja schon lange oh scheiße ja bei mir ist auch alles tot das war ja das ist wirklich ja Ja, es tut mir leid, Sekhmet ist tot. Ich kann nicht machen. Meine Sekhmet ist tot. Nein, nein. Ich habe jetzt Annabelle reingemacht, jetzt vorübergehend. Ich kann, also irgendein, jemand muss jetzt die Debuffs immer klauen, der jemand hat zum Debuffs klauen. Ich werde heilen in der Zeit. Ja, alles gut. War ein bisschen. Nicht wieder reingehen. Nicht wieder reingehen. Also nicht, weil wir warten, dass alle tot sind und dann die, die jetzt drinnen waren, gehen danach noch mal zusammengeschlossen rein. Er wechselt auch partout nicht meinen dritten aus. Das ist doch zum Kotzen, ey. Nein. 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 Die Buffs runternehmen, da war wieder Unsterblichkeits-Buff. Hat jemand eine Chloe mit oder einen falschen Cleave, der Unbesiegbarkeits-Keits-Macht kann? Ja, sieht echt schwer aus. Ja, wie immer, war letztes Mal auch kacke. Ja, Pogoye ist auch hier mit drin, der ist doch gar nicht hier im Voice. Warum... Ja... Ähm... Leben noch welche? Weil da sind noch welche angezeigt. Noch warten, bis alle Cleaves tot sind. Also die Cleaves rennen noch. Äh... Ja... Ja... Deswegen... Also... Ganz im Ernst... Habt ihr noch irgendjemanden gesehen, der mit reingegangen ist, obwohl er nicht mit dem Chat ist? Weil das finde ich halt scheiße, sowas. Äh... Das... Das geht gar nicht. Ähm... So... Sind alle draußen? Ja... Na... Na... Nein... Nein... Ähm... Bitte geht schon so, dass ihr auf die 5 durchgehend weg klickt, dass die auch aktiv bleibt, dass ihr gleich, wenn ich sage reingehen, auch reingehen könnt. Danke. Ja... Und dann geh auf Wasser. Dann geh auf Wasser. Dann geh auf Wasser. Cleave ist verboten ab sofort. Nein... Spaß. Böse... 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 war sehr viel drauf also es war sehr oft drauf genau na gut wir mal jetzt einfach weiter und wir versuchen jetzt die das beste rauszuholen das weil wir haben ja noch eine ein paar kleine die als backup gilden oder wir machen für morgen noch mal genau deswegen es war viel zu nein weiß ich nicht es fehlt jemand auf jeden fall fehlt jemand denn ist egal ja müssen wir dann gucken ist ja auch egal geht bitte schon auf die fünf und klickt da jetzt wie wild dran rum weil ich kenne das bei mir resettet der immer auf die 1 wenn ich nix mache so genau es genau genau also seid ihr ready als erstes joint gruppe 1 ja wer wer ist noch aus gruppe 3 da der mit rein also ja dann rutscht mit rein rot also ist bei bei gruppe 2 bei gruppe 2 zahner kann ich glaube gruppe 2 fehlen auf welche der ist ja und gruppe 2 drin ja gut 321 gruppe 1 joinen der erste cleave der da ist runter hüpfen join 2 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 join also ist klar die baffs ja 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 Aber ich weiß auch nicht, wer deswegen. Steht zusammen wegen den Buffs und die Buffs. Ihr steht, genau, also die Leute sind, entweder kommt ihr jetzt zu uns rüber, die andere Seite sind, oder wir gehen rüber. Wir gehen, genau, Lila Tower, geht alle bitte auf die Lila Tower Seite. Ja, das ist klar. Ja, ihr habt das schon. Kommt zusammen. Zusammen. Es wird wieder so eine knappe Kiste. Ja, einfach nah einen neuen reinholen. Gar nicht lange drüber nachdenken, aber einen neuen reinholen. Kommt zusammen. Huscheln. Puschen. Puschen. Wo ist er, rechte Seite, rechte Seite. Äh, äh, Lila Tower. Ich weiß ja nicht, was bei euch gerade rechts ist. Und kuscheln. Spreadet die Buffs, das ist immer gut. Also, seitdem wir die Buffs besser spreaden und so, ist... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ich kriege nicht runter. Doch, jetzt. Ja, alles gut. Bitte jetzt nicht ablenken. Macht alles, was ihr an Debuffs habt. Das ist wieder so eine knappe Kiste. Wie klebst du? Oh nein. Nein. Alter. Sicher? Nein. 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 In der zweiten Runde waren wir viel, viel besser. Also, da haben wir drei Viertel von denen gemacht. Nein. Das ist geil. Nein. 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 Vielen Dank.